Ostendis – individuell bewerben mit System Befinden Sie sich auf Stellensuche? Ostendis unterstützt Sie vom Stelleninserat bis hin zum Vorstellungsgespräch. Ganz einfach. Sie registrieren sich bei Ostendis und erstellen eine Bewerbungsvorlage. Neben Lebenslauf und Zeugnissen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich innerhalb von Mediengalerien zu präsentieren. Diese Vorlage steht Ihnen dann sofort auf unserem Server zur Verfügung. Sie kann jederzeit aktualisiert werden. Ganz einfach. Und zeitsparend. Haben Sie ein interessantes Stelleninserat gefunden? Für jede einzelne Bewerbung erstellen Sie eine einmalige Bewerbungswebsite. So erreichen Sie ein persönliches Auftreten. Ganz einfach. Und ohne besondere EDV-Kenntnisse. Formulieren Sie ein persönliches Schreiben. Profitieren Sie bei jedem Schritt vom Ostendis-Bewerbungsratgeber. Für die optische Gestaltung stehen Ihnen verschiedene Layouts, Hintergrundfarben, Schriften und Stimmungsbilder zur Verfügung. Zur Überprüfung können Sie Ihre Bewerbung an eine Person Ihrer Wahl senden. So erhalten Sie mit wenig Aufwand wertvolles Feedback. Ganz einfach. Mit einem Mausklick erreicht Ihre Bewerbung den von Ihnen bestimmten Arbeitgeber. Sämtliche Daten werden verschlüsselt übertragen. Der Empfänger erhält den Link zu Ihrer Bewerbung per E-Mail. Nur er hat Zugriff auf Ihre Daten. Ostendis-Bewerbungen bieten einen schnellen Überblick. Und sehen einfach klasse aus. Dank Ostendis können auch Sie Ihren Traumjob finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017